Guten Tag, heute fühle ich mich noch viel mehr mit euch verbunden als sonst, denn ich mache wahrscheinlich genau dasselbe, wie ihr das auch tut, Schneeschippen. Das Ergebnis des heutigen Tages, Vorarbeit für morgen oder übermorgen, denn die Sache mit dem Iglu, da will ich schon nochmal ran. Ich habe zwar keinen Ofen hier, aber mal gucken, wie weit das möglich ist, da ein kleines Iglu draus zu bauen. Genau, ja, heute ist eigentlich nur so Fahrrad instand setzen, arbeiten, E-Mail kontrollieren und feststellen, ups, da war ja eine Überweisung, die ich komplett vergessen habe. Genau, solche Sachen und genau, am morgigen Tag habe ich mir vorgenommen, nochmal den zweiten Versuch zu starten, dem lieben Arminius in seinem Denkmal da einen Besuch abzustatten. Also zum Hermannsdenkmal, genau, und übermorgen, oder morgen vielleicht Iglu und übermorgen Hermannsdenkmal, ich weiß es nicht. Aber ich werde euch auf alle Fälle auf den Laufenden halten, momentan hier in Bielefeld, aber morgen auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ciao.